Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein ganz anderes Video mit einem ganz anderen Inhalt. Herzlich willkommen an alle, die gerade zugucken und auch herzlich willkommen, mein Gast heute ist MB Hero. Schön, dass du mit dabei bist. Hi! Hi Tim, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich heute von dir interviewt zu werden. Ja, sehr gut. Du, ich freue mich auch riesig, weil das Ganze hat auch einen echt krassen Hintergrund, finde ich, weil ich finde es super, dass du auf meine Anfrage reagiert hast. Es gibt nämlich ein Produkt und auf das bin ich echt neugierig geworden, bin ich echt gespannt, was du gleich dazu sagst, weil du hast etwas rausgebracht auf den Markt, das sieht man hier gerade. Es hat etwas mit Online-Glücksspiel zu tun, mit Online-Casinos und du behauptest, dass man im Monat mit einer Low-Risk-Strategie 200 bis 300 Euro aus Online-Casinos jeden Monat rausholen kann. So, und das ist einfach mal eine Nummer. Ich glaube an sowas grundsätzlich nicht, sage ich dir ganz ehrlich, weil alles, was mit Casinos zu tun hat, war bisher immer alles Lug und Betrug. Also die typischen Sachen, Roulette-Verdoppler-Strategie und so weiter, kennt man wahrscheinlich und hat man auch schon zigmal gelesen, ja. Kennst du wahrscheinlich auch. So, wir haben uns mal unterhalten im Vorfeld und du hast mir auch zur Verfügung gestellt, was ist der Mitgliederbereich, was bekommt man da eigentlich dafür, weil du verkaufst das Ganze hier auch und sagst aber, das funktioniert. So, also, ich höre mal auf zu labern, du solltest mir jetzt mal erklären und das finde ich echt super, dass wir uns jetzt hier miteinander unterhalten, was ist das hier alles? Was ist das für eine Strategie? Was hat es damit auf sich? Also, im Vorfeld muss ich mich natürlich auch nochmal bedanken für dein Interesse und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man erst den Eindruck hat, ja, das ist wieder sowas Unseriöses, immer verdoppeln und ich muss erstmal selber was dafür bezahlen und Bibbelbubbel. Aus dieser Problematik heraus habe ich damals auch gesagt, ich muss mir ja irgendwie eine Strategie zurechtlegen, die eben nicht darauf abzielt, dass ich relativ viel Kapital anwenden muss, um einen Gewinn einzufahren und ja, habe daraus die Low-Risk-Casino-Strategie mitentwickelt. Und die hast du auch nur du, ne? Also, die habe ich übrigens noch nirgendwo anders gesehen. Richtig, richtig. Also, ich bin mit einer der Köpfe, die da mit reingesteckt oder mit dran gearbeitet haben und im Prinzip geht es darum, dass du diese ganzen Casino-Angebote für dich profitabel nutzen kannst oder nutzen sollst. Angebote von Casinos, meinst du? Angebote von Casinos, genau, richtig. Bonus-System und so weiter. Wenn ich mich da anmelde, hier zahle 50 ein und kriege 50 nochmal oben drauf zum Spielen und sowas, ne? Richtig, das sind auch Angebote, die du profitabel nutzen kannst. Die Strategie hier ist aber tatsächlich eher angepasst auf diese ganzen, ich sage mal, das sieht immer ein bisschen aus wie diese Spam-Mails, ne? Bekomme 20, also zahle 20 Euro ein und bekomme dafür 20 Freespins und viele Leute lassen das links liegen. Und ich habe mir dann aber irgendwann gedacht, okay, pass auf, es muss doch irgendwie gewinnbringend spielbar sein. Und ja, dazu habe ich ein kleines Tool mitentwickelt, was tatsächlich dazu sorgt zu erkennen, ist dieses Angebot gerade profitabel oder nicht. Hat natürlich auch viel mit Mathematik zu tun, aber auch das möchte ich demjenigen gerne näher bringen, der sich damit beschäftigen möchte. Ja, und das Ganze habe ich natürlich mit Videos unterlegt, um auch zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. Und ja, deswegen ist auch tatsächlich der monatliche Ertrag von 200 bis 300 Euro realistisch. Krass. Also, ich bin sehr gespannt gewesen. Ich habe dich dann mal angeschrieben und du hast echt gleich cool reagiert. Du hast gesagt, ja klar, erzähle ich dir, was das Ganze ist und so weiter. Du bist nämlich jemand, sonst hätte ich überhaupt nicht darauf reagiert. Du bist echt bekannt in der Sportwettenszene und du bist bekannt als seriöser Typ. Also, deine Tipps, die du gibst, nicht nur deine normalen Wetttipps auf Mannschaften, sondern eher die Strategien. Du bist ja eher so ein Stratege. Die haben bisher immer für Qualität gestanden und du bist keiner, der dafür bekannt ist, da irgendeinen Müll rauszuhauen, einfach um irgendein Produkt zu verkaufen, sondern egal, wo man guckt und in welchen Foren du mit drin hängst, das ist seriös, was du machst. Und deswegen einfach nur war ich jetzt sehr, sehr neugierig. Tja, und wahrscheinlich diejenigen, die das gerade sehen das erste Mal, das ist hier einfach nur die Seite, auf der man das Ganze bekommen kann. Und die ist natürlich jetzt relativ klein gehalten. Klar, willst du natürlich auch deine Strategie nicht sofort auf der ersten Seite preisgeben. Sondern das Ganze, wenn man jetzt raufklickt, sieht man auch, kostet auch ein paar Euro. Also nämlich, diese Strategie kostet 99 Euro. Also entweder, wenn man sie einmalig bezahlt, oder 36 Euro in drei Raten. Kann man auch machen. Also wer den Hunni hier nicht gleich übrig hat, der kann 36 in drei Raten zahlen. Gut, geht auch am Ende des Tages. Ist ein bisschen teurer, als wenn ich es mit einmal zahle. Aber ich kriege es auf jeden Fall sofort und kann damit auch schon arbeiten. Ja, und jetzt warst du so freundlich und hast gesagt, dann gucken wir mal rein. Und dann erzählst du mir mal, ohne dass wir die Strategie komplett vorstellen, aber worum es darin geht. Und das finde ich super cool von dir, weil das habe ich auch noch nicht erlebt, dass jemand so transparent sein Produkt schon mal vorstellt. Weil alle anderen hätten wahrscheinlich Angst, dass sie da gerade was verraten soll. Genau. Darum geht es mir natürlich. Ich möchte nicht, dass jemand die Katze im Sack kauft. Ja. Sondern mir ist eine gute Reputation natürlich auch wichtig. Weil ich denke, diese windigen Verkäufer gibt es genug am Markt. Und jeder möchte mit einer gewissen Seriosität seine Sachen angehen. Und das möchte ich halt auch dementsprechend abliefern. Weil ich denke, von enttäuschenden Angeboten haben wir alle schon Erfahrungen mitgemacht. Und ja, das würde ich gerne anders machen. Und dementsprechend sind auch meine Strategien immer aufgebaut. Also ich bin eher jemand, der gegen den Strom schwimmt. Und ja, hoffe, ich kann das auch dementsprechend vermitteln. Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich wollte es wirklich nicht glauben, bis ich es dann bei dir auch gesehen habe live. Also ich muss mal dazu sagen, wir haben es live gemeinsam gemacht am Rechner. So, und du hast es gezeigt, wie es gehen kann. Und am Anfang musste ich das erstmal verstehen. Das ist nicht ganz so easy. Aber wenn du es einmal gerafft hast, dann ist das wirklich ein Evergreen-System. Du kannst es immer wieder machen, immer wieder, immer wieder. Also unglaublich. Okay, ich höre mal auf zu quatschen. Wir gucken jetzt gleich mal rein. Also wenn man dein Produkt kauft, dann guckt man hier. Zuallererst nehmen wir natürlich denjenigen an der Hand. Das heißt, wir bereiten ihn optimal darauf vor, wie oder dazu, dass wenn er dieses Angebot nutzt oder diese Strategie nutzen möchte, dass er das Maximum daraus herausholen kann. Und dadurch, allein dass er diese Strategie nutzt, also wirklich nur das reine Spielen schon automatisch passiv ein bisschen Geld dazu verdient. Man sieht es dort, Cashback, ja, kennt man von der Cashback-Karte. Das heißt, für jedes Mal, wenn man ein Angebot nutzt, bekommt man einen gewissen prozentualen Anteil schon wieder gut geschrieben. Wird dann aber in dem Video erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also das heißt, nur, damit ich es verstehe, wenn ich jetzt hier das erste Video, das erste Video im Mitgliederbereich, insgesamt gibt es eins, zwei, drei. Es gibt, das wird aber immer wieder erweitert. Also da verstehst du auch, ja, dass du sozusagen diese Videos immer wieder erweiterst. A, wenn irgendwelche Leute irgendwas nicht verstehen, sollen sie Feedback geben, dann gehst du da nochmal genauer drauf ein. Das ist schon mal super cool, ja. Und das Zweite ist, dass du eben auch hier das immer wieder anpasst. Das ist auch deine Garantie, die hast du ja mit reingeschrieben. Wenn es mit bestimmten Casinos nicht mehr funktioniert, dann geht es eben mit anderen. Und auch das gibst du hier sozusagen mit rein, ja. Richtig. Okay, aber das nur mal, um nochmal zum Anfang zurückzugehen. Das heißt, am Anfang, das hast du mir schon mal erklärt, gehen wir bei E-Wallets rein. Was genau sind eigentlich E-Wallets? Also E-Wallets sind elektronische Geldbörsen, die ähnlich funktionieren wie Paypal. Das ist so das Bekannteste, was man kennt. Ja. Aber auch im Sportwettenbereich oder auch im Glücksspielbereich gibt es da natürlich gewisse Größen. Das ist nicht Paypal tatsächlich, sondern da gibt es andere Anbieter, die sind aber auch im Video nochmal aufgeführt. Und ja, über uns hat man halt die Möglichkeit, sich dort anzumelden, direkt in der VIP-Stufe hochgestuft zu werden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel meinen Lieblings-E-Wallet-Anbieter nehmen würde, würde man sofort mit der Goldstufe anfangen und hat natürlich dadurch schon gewisse Benefits. Plus halt, dass man dann den Cashback automatisch generiert und dann alle zwei Wochen ausgezahlt bekommt. Das heißt, hier reden wir noch nicht über Casino und Strategie und so weiter, sondern wir fangen hier einfach an, uns ein E-Wallet-Konto zu eröffnen, ähnlich wie Paypal, aber eben bei anderen Anbietern oder bei einem anderen Anbieter. Und für alles, was du ein- oder auszahlst, also alles, was über dieses Konto, also dieses E-Wallet läuft, bekommt man auch noch Cashback. Genau. Das heißt, egal was da läuft, du kriegst nochmal Geld dafür. Egal was da rauf oder runter geht. Ja, richtig. Also wenn es um die Einzahlung beim Buchmacher oder in einem Casino geht, bekommst du halt dementsprechend Cashback oder wenn du es dann auf deinem Bankkonto wieder auszahlen lässt oder entsprechend, du kannst dir eine Mastercard dazu bestellen. Also damit kannst du zum Beispiel da auch tanken gehen oder auch, ich bestelle meine Amazon-Sachen darüber, bekommst du natürlich dann auch nochmal deine Prozente. Und ja, also jetzt bei mir waren es in den letzten drei Monaten, glaube ich, knapp 150 Euro nochmal als Taschengeld dazu. Ah, cool. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir möchten, dass wenn jemand diese Strategie nutzt, er optimal vorbereitet ist und nehmen ihn an der Hand und fangen halt wirklich von ganz klein an. Und ja, zum einen ist das halt die Einrichtung dieser E-Wallets und wenn du noch ein bisschen runterscrollst, sehen wir, dass wir auch nochmal Slotspiele erklären wollen. Also insgesamt, wie sowas eigentlich funktioniert, weil nicht jeder hat direkt Erfahrung damit. Und selbstverständlich erklären wir auch nochmal die mathematischen Grundlagen dafür, warum wir gewisse Angebote spielen oder gewisse Angebote auch auslassen. Also wir empfehlen auch tatsächlich gewisse Angebote liegen zu lassen. Was das jetzt on Detail ist, das wird jetzt den Rahmen sprengen, sieht man im Video. Aber finde ich gut, weil man sieht hier gleich so ein bisschen, was ist hier los. Also du zeigst das direkt auch an der Slot Machine, was ist das und wie muss man das Ganze spielen, um dann, und das ist ja hier dann sozusagen das größte Video und das längste und eigentlich das Hauptvideo, nämlich, wie funktioniert das Ganze, die ganze Strategie. Und da sieht man, also hier ist insgesamt Videomaterial von einer knappen Stunde drin. Das heißt, es sind auch nicht, das mag ich auch immer nicht, bei manchen Produkten hast du hier 10 Stunden Videomaterial. Also das, da fängst du oftmals gar nicht erst an, weil dir das schon anödet. Aber hier brauchst du eine knappe Stunde, da bist du alles durch und kannst dann loslegen. Und hier erklärst du dann die gesamte Low-Risk-Casino-Strategie richtig schön Stück für Stück. So, und das, auch direkt machst du es nochmal live vor, ja, also damit man es einfach nur nachmachen muss. Erstmal die Grundlagen, dann auch diesen Rechner, ne, so dieser Rechner, der ist hier auch mit drin, der ist hier auch verlinkt, das sieht man. Klicke ich jetzt bewusst ja nicht drauf, weil es ist nachher dann natürlich dein Produkt. Ich wollte gerade sagen, genau, dass das gehört bitte dazu. Ja, tatsächlich, also uns geht es wirklich darum, dich vom Zocker zum Glücksspiel-Investor zu machen. Das heißt, dass du Casino-Angebote nicht mehr als, ja, Zeitvertreib siehst, sondern tatsächlich siehst, okay, daraus kann man Gewinn ziehen oder halt entsprechend nicht. Und so sehen wir das Ganze, also im Prinzip wie eine Aktie, in die du investierst. Und natürlich gibt es bei, auch in den Aktien verschiedene Verläufe, also du hast ja nie die Tendenz, dass es nur nach oben geht. Allerdings, ja, aufgrund der mathematischen Gegebenheiten ist es halt wie bei einer Aufsteigeraktie, die Tendenz ist nach oben, definitiv. Und das bedeutet halt, dein Guthaben wächst. Ja, also faszinierend. Also ich, wie gesagt, wir gehen nicht näher auf diese Strategie ein, das wäre sonst unfair. Du hast hier extrem viel Herzblut auch reingesteckt. Das sieht man auch in der Erklärung der Strategie, das muss man echt sagen. Und was ganz wichtig ist, du sagst auch selber, dieser Bereich hier wird grundsätzlich immer wieder aktualisiert, immer wieder auch benutzerfreundlicher gemacht. Genau, richtig. Und du empfiehlst auch, weil die Strategie eben nicht mit jedem Casino funktioniert, auch nicht mit jedem Spiel, gibst du hier unten gleich Casinos mit rein, wo es auf jeden Fall schon mal klappt, ja, deine Strategie. Genau. Und diese Liste wird auch laufend erweitert, hast du mir erzählt. Genau, richtig. Also wir werden diese Liste laufend erweitern, werden auch natürlich dementsprechend Casinos wieder rausnehmen, wenn wir merken, okay, die Strategie läuft dann momentan nicht so gut. Das heißt, wir gehen immer so ein bisschen in die Vorreiterrolle und riskieren quasi für euch unseren Einsatz, um halt dementsprechend das Produkt weiterhin hochklassig zu halten. Das ist nämlich das, was wir möchten. Wir möchten ein gutes Produkt abliefern und nicht, man kennt die ganzen Schreihälse auf YouTube, in diesen Werbebannern davor, die dir, weiß ich, was versprechen. Wir wollen es wirklich realistisch halten. Ja, also super gut. Und hier sieht man nochmal, also es gibt drei Videos, knappe Stunde Videomaterial. Es gibt hier nochmal ein PDF, wo nochmal das Wichtigste zusammengefasst ist. Unten hast du den Rechner, der ist ganz, ganz wichtig. Und du hast unten die Casino-Empfehlung. Das heißt, du hast alles, um einfach sofort loszulegen. Richtig. Ich könnte sagen, alles klar, ja, also kann losgehen und ich kann im Prinzip, sobald ich das durchgearbeitet habe, loslegen und dann kann ich im Prinzip in der Stunde danach kann ich schon das erste Geld verdienen und kann das auch jeden Tag machen. Genau. Also das ist das Schöne an diesen Angeboten. Die kommen täglich rein, auch mehrfach. Ich sage mal, zu Höchstzeiten oder zum Wochenende hin kann es auch sein, dass ich mal zehn Angebote an einem Tag bekomme. Krass. Und was uns natürlich wichtig ist, einfach damit wir unser Produkt hochklassig halten können, ist das Feedback. Heißt auch, wenn jemand Probleme hat bei der Einrichtung oder wenn er irgendwas nicht versteht, schreibt uns bitte an. Ich bin jederzeit gerne bereit, Fragen zu beantworten und möchte auch tatsächlich dazu beitragen, dass derjenige erfolgreich ist mit unserer Strategie. Ja, also das klingt echt fair. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte bei dir, ich würde es einfach echt nicht glauben. Und deswegen finde ich es super cool. Du bist also, stieß Rede und Antwort für dein Produkt und das ist mehr als fair, muss ich sagen. Also ich bezahle, selbst wenn ich hier einmal 100 Euro zahle, wie gesagt, ich kann es auch in drei raten, okay. Wenn ich hier den ersten Monat 150, 200, 250 raushole, ey, ganz ehrlich, wie einfach kann es denn sein? Dann hat es das Rettet. Genau. Ja. Und das ist halt das Schöne, ja, ich denke, das ist ein fairer Preis, da liegt schon Arbeit dahinter. Ja. Allerdings ist das nichts, womit ich jemanden abzocken möchte, sondern nur eine faire Entlohnung für das, was ich zur Verfügung stelle. Und ja, wenn du engagiert dich da dran setzt, dann ist das relativ schnell wieder drin. Ja. Also MB Hero, du, wie gesagt, stehst echt für Qualität. Vielen Dank, dass du das heute mal so gemacht hast mit mir. Ich bin sehr gespannt für all diejenigen, die es haben wollen. Ihr könnt unter dieses Video klicken und da habt ihr direkt den Link zu dieser Landing Page und ihr könnt euch das selber einfach reinziehen oder durch das Produkt, wenn ihr Bock drauf habt. Und wie gesagt, es ist so mit 20 Minuten täglich Zeitaufwand verbunden, oder, MB Hero? Ja, das kommt so in etwa hin. Ja, okay. Also mal an einem Tag vielleicht 10 Minuten, an einem anderen Tag eine halbe Stunde vielleicht, je nachdem. Genau, richtig. Also es kommt halt auch darauf an, wie viele Angebote du hast, aber ich sage mal, je mehr Angebote, je mehr Ertrag, je mehr Zeit steckst du da rein. Also es ist keine vergeudete Zeit. Ja, fand ich ehrlicherweise 36 Euro im Monat, ja, selbst wenn ich den 100er jetzt nicht habe, 36 Euro im Monat, weiß ich auch nicht, das sind so 3 Euro am Tag, das glaube ich, das ist mega fair für das, was du hier raushost. Also ich finde das super. Ja, also MB Hero, gibt es noch irgendwas zu sagen zu dem ganzen Produkt? Es steckt eine Menge Arbeit drin, ich freue mich darüber, dass das so gut ankommt, auch für dein Interesse, dass ich mich heute vorstellen durfte und ich denke, jeder, der sich da heute für anmeldet, dem können wir einen kleinen Rabatt rein anbieten. Ja, ich denke, 10% für heute ist eine faire Sache. Okay, geil. Ladet es euch gerne runter. Ich werde das dementsprechend gleich einstellen und freue mich über reges Feedback. Also dann würde ich sagen, machen wir einen Rabattcode raus und du gibst mir nach unserem Video jetzt hier einfach den Rabattcode raus und ich packe den unter das Video. Ich glaube, das wird das allerbeste sein und dann, ja, dann lass uns einfach starten damit. Also super cool, 10%, das heißt, bei 99 Euro habe ich schon wieder 9,90 Euro gespart. Also das ist, das ist echt super geil. Cool. MB Hero, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und für alle, die Bock drauf haben, ja, zockt einfach am Wochenende, könnt da schon das erste Geld verdienen, warum nicht, das Wetter wird jetzt im Moment nicht besser, es kommt jetzt langsam die trübe Herbst- und Winterzeit, da kann man so echt machen und ich wünsche auf jeden Fall allen viel Glück. MB Hero, dir viel Erfolg weiter mit deinen Sportwetten und mit deinem nagelneuen Casino-Produkt und dann freue ich mich, lass uns einfach mal wieder so einen Call machen und dann können wir uns ja mal gegenseitig updaten, wie es so läuft und vielleicht hast du ja noch weitere Ideen. Ja, sehr gerne, Tim, ich habe zu danken und wünsche dir natürlich auch viel Erfolg mit meiner Strategie und wenn was ist, schreib mich gerne an. Super, also ich danke dir, bis dahin, macht's gut. Alles klar, bis dann, ciao. Ciao.